Oh, hey Basuka, es gibt Eiscreme. So Leute, den Oberwart hat es geschüttet, den Loch hat es geschüttet und überall hat es geschüttet. Wir haben blauer Himmel, Sonnenschein, das heißt wir werden jetzt ein bisschen zum Schaffen anfangen. Für das sind wir ja da, das macht uns Spaß. Da oben die Glanzmispeln werden wir mal freilegen, damit sie wieder schön Luft kriegen. Und dann werden wir... Jetzt hast du schöne Schirr zerstört. Jetzt hast du Elefantengras runterschnitzen und den Bau hochbringen, dann holen wir uns eine Laubgebläse. Und wenn wir dann noch Zeit haben, fangen wir an mit Rasenmengen. Und sonst machen wir wieder Rasen morgen. Also bis gleich, diese Richtung, hol ich gleich mal in Wiesel. Ruhig, ruhig, sind die Schilder da oben daneben. Super, machst du das? Schau mal, geil, wenn der Kleine sieht, ja hab ich da was gemischt, hab ich da was getan, hab ich da... Ähm, ähm, hä? . . . . . . . . Es ist nicht blöd. Ohne Lampfenwasser! Ohne Lampfenwasser! Ohne Lampfenwasser! Wo ist noch der Angst her? Wir haben es geschmissen! Oh je! Stör mal gleich! Ha? Stör mal gleich! So ist der Name! Komm her! Danke! Hebe mir ein bisschen auf! Ich kann nicht so wieder, aber lupf mir ein bisschen auf! So, voll! Danke! Bitte! Wo war das zum Ziehen da? Haha Der Der Halt Der Halt Halt Der Halt Hermann Halt Spannende Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik Ja genau, weil ihr habt schon mal den Zorg, ich weiß es nicht Greif zu wie Rufen machen wir da Lack, du bist ein Blutzen, Peter Auf dem ganzen Weg hat er sich verloren Du bist der Schlinge Du bist der Schlinge Da schau, könnt du das da zusammen sammeln Dann bringst du den Lopper Das heisst zusammen sammeln Also Lopper Hey Kuh Du wirfst alles über die Straße Hunde Das ist dein Schüttchenstegel neben Huuuun Opa 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 Die Lara hat natürlich die Plane vergessen. Eiscreme! Oh, hey Basuka, es gibt Eiscreme. Schau mal, was es da für tolle Eis gibt. Was hast du da? Grünes Eis. Blau. Blau. Wie schmeckt das? Darf ich probieren. Okay, und einmal auch hinzuhören. Welcher Karamell und Pistazie bitte? Ah, so besser? Ja, bitte. Und dann noch einen Butterkeks obendrauf. Bist du neust, diese Kalorien her. Du, da habe ich mein ganzes Geld im Kuchen. Also ich habe den Kinesischen gesagt, sonst... Und die habe ich einen Hunderter geben. Ja, ja, du schürzt aus. Nein, nein, fast, das habe ich auch. So, das Eis isst du jetzt noch und dann zwei noch, weil ich muss kopfzen. Das Fleisch darf ich noch vergessen, gell? Ja, das war auch schön. Du bist doch ein Adler. Hä? Bist du ein Adler? Weißt du was du bist? Du bist ein Gummi-Adler. Du bist ein Lämmergeier, so wie du lachst. Das ist so gut das. Also wir fahren dir nachher zweimal durchführen. Da wird halt hier bohren müssen. Er muss ja daheim auch noch verdunnen. Was? Nein, ich tue selber essen. Dann... 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 Vielen Dank.